So ein komischer Kautz. Alter, ihr, mein Freund. Ihr müsst mir helfen. Malik befahl mir, einige Bogenschützen in der Umgebung zu töten, damit unsere Brüder sich gefahrlos bewegen können. Ja, aber... Normalerweise wäre das kein Problem, aber das Begräbnis hat alles verändert. Die Stadtwache setzt ihre besten Männer ein, um für Ruhe zu sorgen. Und mit denen kann ich mich einfach nicht messen. Ich möchte euch um zwei Gefallen bitten. Erstens. Zuerst tötet die Bogenschützen. Zweitens erzählt Malik nichts davon. Im Gegenzug sehe ich, was ich über Roberts Pläne erfahren kann. Ich decke dich. Keine Angst. Wir sind doch Kumpels. So richtige Bros und Sis, also so Bros sind wir doch. Was ich mich frage, kann ich den Typen... Halte den! Das geht schon mal nicht, weil das zu lange dauert. Schade. Das ist nur versteckte Klinge. Das Schöne ist, wir haben hier kein Zeitlimit. Das ist nämlich der Heimlichgriff in Wirklichkeit. Ne? Also der wird benutzt dafür, um Leuten, die sich verschluckt haben, vor dem Ersticken zu schützen. Zumindest wird das heute so erzählt. In Wirklichkeit war das aber ein Angriff mit der versteckten Klinge. Gehen wir mal da hinten rum. Hoffen, dass er sich nicht... Ach, das ist doch klar. So. Zwei von vieren. Wo ist denn der nächste? Hier oben. Hallo? Hm, der ist da unten. Dann müssen wir einmal den etwas längeren Weg nehmen. Wäre ja schön, wenn ich mal... Huch! ...eine Mission nicht failen würde. Da, da will ich runter, genau. Oh, sammeln wir hier gleich nochmal einen Banner auf. Aus Jerusalem. Die Reise nach Jerusalem, ne? So, der ist ausgeschaltet. Und jetzt muss ich da hinten noch irgendwo einen ausschalten. Da hinten ist er. Gut, der dreht sich also immer nur und bleibt stehen. Das heißt, gleich schaut er hier her. Jo, gleich dreht er sich einen weiter. Und zwar jetzt. Ne, jetzt geht er ein Stück. Jetzt geht er zurück. Dürfte nach vorne zurückgucken. Und sich... Jetzt drehen. Jetzt drehen. Ach, komm! Da springt er nicht rüber, oder was? Sag mal, geht's noch? Wäre ich nicht auf geheimer Missionen unterwegs, würde ich dir jetzt ein Messer in den Bauch rammen. Unverschämte... ...Bettler... ...Hure. Ich glaube, ich spinne. Bewirft die uns einfach mit dem Stein, weil wir kein Geld geben. Soll ich jetzt Bettler auch immer bewerfen, wenn sie mir kein Geld geben, oder was? Ach, komm! Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. So. Puh. Da haben wir es uns deutlich schwieriger gemacht, als es eigentlich notwendig gewesen wäre. Würde ich mir jetzt behaupten. Komm. Ich bin euch auch ewig zu Dank verpflichtet. Malik hätte mir nie verziehen. Hier ist, was ich erfahren habe. Für einen Mann wie mich wäre ein direkter Angriff unmöglich. Es gibt zu viele Wachen. Stattdessen würde ich mich unter die Gelehrten mischen, die das Begräbnis sicher besuchen werden. Es ist nicht der direkteste Weg, aber vermutlich der sicherste. Während der Begräbnisse unter den Gelehrten untertauchen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Da unten haben wir noch einen und da oben. Gehen wir erstmal nach da oben, würde ich sagen. Da oben drauf. Oh, da dürfen wir nicht hin. Dann müssen wir über die Dächer. Und hopp. Ja, ich gehe schon hin fort. Oh. Dass das so geklappt hat, hätte ich ja nicht gedacht. Wie kommen wir da hoch? Hier wahrscheinlich auf das Gerüst. Ja, ja, ja. Holt mich hier doch runter. Das Problem ist, wenn die mich hier wirklich mit Steinen abwerfen oder der Bogenschütze da hinter uns und wir runterfallen, dann haben wir ein Problem. Und der hat mich jetzt stirbt. Ja, ich habe mal zu spät reagiert. Synchronisieren. Auch, hör bitte auf, da hinten zu stammeln. Das macht die Atmosphäre kaputt. Alle hopp. Was da hinten ist, ist noch eine Mission? Belauschen. Okay. Das wird relativ schwierig, weil das hier Sperrgebiet ist. Hehehehe. Was? Nein, hier ist nur ein Gelehrter. Ach ne, warte mal, ging das F und E. Hast du sie gesehen? Nein, aber ich habe die Gerüchte gehört. Ist es wahr? Sind wirklich Kreuzritter in Jerusalem? So ist es. Und? Sie unterscheiden sich von den anderen, sind feingewandet und tragen kostbare Garten. Wir sollten sie von dieser Bürde befreien. Sie lagern bei Davids Zitadelle, in der Nähe des Friedhofs. Wegen des Begräbnisses? So scheint es. Dann besuchen wir ihr Lager, wenn sie dem Toten die Ehre erweisen. Interessant, interessant. Wie sieht denn da der DNA-Strang aus? Dahinter ist noch ein Weißer, hinter den Blauen. Das war doch sonst nicht so. Jetzt retten wir erst mal ein paar Bürger. Oh, hallo, Toter Kreuzritter. Schnipp, schnapp, schnüppelarm. Pam, 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 pam. Oh, hat er seinen Typen gerettet. Einmal die Kamera ein bisschen drehen. Hey, komm, der kann doch auch nur einen Move. So, der ist Hauptziel. Alter, was ist das für ein Typ? So, vorbei. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. So, damit hätten wir alle Bürger gerettet und jetzt müssen wir nur noch einmal die Umgebung synchronisieren. Und dann, liebe Leute, kommen wir auch schon zum letzten Attentat. Was? Leider kriegt man ein Wurfmesser nicht so einfach, oder? Sondern immer nur für eine Mission quasi zugeteilt. Na komm, rüber. Oh, und nach oben. Hallo. Das gibt's doch nicht. Ja, ja, Wegfindung, liebe Leute. Wegfindung ist das Sprich-Zauberwort hierbei. Und nicht nur die KI ist da teilweise zu dämlich. Das sehen wir ja, wenn sich die Soldaten verstecken, dann springen die einfach teilweise in den Tod. Nein, auch ich habe Probleme mit der Wegfindung, weil ich kein Navi habe. Ha, 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 ha. Nein. Aber ja, ihr habt es ja gesehen während des Let's Plays. Ha. Und dann gestirbt! Ha. 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 Da war nichts. Ich habe nichts gesehen. Da oben hoch. Ach, Leute. Leute, 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 Leute. Wir sind gleich fertig. Ihr habt ja nichts in Suche. Geld. Entschuldigung. Der Adler. Das Wappentier der Assassinen anscheinend. Hm. Alle Aussichtspunkte in Jerusalem erklommen. Ja, und jetzt geht es da hinten hin. Ich bitte euch nur eine kleine Spende. Nein, ich möchte nichts spenden. Und es ist mir egal, ob du arm bist oder nicht. Weil dann nenne da etwas. Geh arbeiten, entwickle eine Unterhosenkreation oder sowas. Und nenne es, äh, Battler's Secret oder so. So, und hopp. Und hopp. So geht es über die Dächer. Oh, ich würde auch gerne mal so abgehen. Über irgendwelche Dächer. Das wäre schon geil. Oh, oder? Der wäre nicht so ein bisschen... Alter, ihr. Das wäre schon geil. Und hopp. Hoch. Warum tut er das? Ha. Und hopp. Und... Hallo. Hopp. Und hopp. Na, war da wieiger war das? So. Genau. Das wird man nämlich in den nächsten Assassin's Creed's ein bisschen öfter brauchen. Ich erinnere mich gerade wieder an ein Teil von 2. Hm, cool. Oder ist das... Leute... Oder... Nee, nee, war das Brotherhood? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich weiß es gar nicht. Nee. Der englische König möchte... Nee, nee, das muss Assassin's Creed 2 gewesen sein. Wir müssen wieder stehen. Wir müssen zurückklagen. Ihr werdet bald sehen, was ich meine. Es geht um Gräber. Sagen wir mal so viel dazu. Sollte Richard Schaffer einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Warum macht er das? Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endlich zu befestigt wird. Diese Stadt gehört... Warum fanden wir das wohl? Und es ist unsere Pflicht. Ja, Tatsache, müsste er in 2 gewesen sein. Ach. Hallo. Ihr verbreitet den Geruch des Erfolges, Bruder. Oh, dankeschön. Ich mach'n Deo daraus. Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Kniebeugen. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mastadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln. Um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Ja. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Dankeschön. Wünscht mir Glück. Möge das Schicksal euch holt sein. Und dir auch. Wir werden uns wiedersehen. Malik, bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein. Ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Brut euch aus, Alter Yir. Auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Auf Wiedersehen. Spule vor zu aktuellen Gedächtnissen. Malik. Ach, noch einmal wieder durch die ganze Stadt. Da kommen wir doch gerade her. Das sind ja nur 250 Meter. Das ist gar nicht so weit. Das ist einmal bei mir die Straße hoch und runter. Merkwürdig. Naja, egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt zusammen dieses letzte Attentat bestreiten und damit endlich Frieden in dieses gelobte Land bringen. Glaube ich. Ich bin ein bisschen verwirrt, was das angeht. Ob unsere Taten alle so richtig waren oder ob wir nicht ausgenutzt wurden oder sowas. Ich finde, das ist alles ein bisschen schwammig, weil alle Attentatsziele, wie Alter Yir auch schon sagte, wollten ja Frieden, also diesem Land Frieden bringen. Zwar durch etwas unnütze Methoden, aber... Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ne, 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 verrückt bin ich nicht. Noch 38 Meter. 20 Meter. Hallo? Nein, hallo, ich möchte hier runter. Armeen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass ein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht, denn so wie wir... Warte mal, können wir hier nicht... Ich würde das gerne nochmal neu starten, weil das ist irgendwie dumm. Hier jetzt nur zu sitzen und sich nicht bewegen zu können. Können wir das nicht neu starten? Aus Mutters Schoß geboren werden. So müssen wir alle eines Tages die... Hm, ne, tut mir leid, aber irgendwie müssen wir das erstmal so durchstehen, weil man kann das nicht neu starten. Ach, das ist ja scheiße. ... diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach. über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Dieser Robert sieht ein bisschen komisch aus. Ah. Leute. wir können doch noch... Amen. Vor allem, warum haben die ihre Helme auf? Das ist doch nicht sehr nett. Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Oh oh. Wir haben nach seinem Mörder gesucht. Aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weit unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. packt ihn. Bringt ihn nach vorne auf das Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. Ähm. 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 Hilfe. Oh oh. So, machen wir das einfach mal hier. Wir gehen hier einfach mal ein bisschen nach oben. Nein, ich will hier... Ja, genau. Möchte ich hier irgendwo hin, wo ich einzeln gegen sie kämpfen kann. Na, wo sind sie? Da sind sie. Und zack, in den Baum. Oh, Robert. Den hebe ich mir bis zum Schluss auf den Robert. Aber erst mal will ich mir den verkackten Bogenschützer da hinten. Geh weg. Geh weg. ja ich muss echt diese bogenschütze loswerden jetzt habe ich hier echt noch ganz schön großes problem so freundchen nervst nicht mehr freunde 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 nachholen das mit los wo ja wo 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 Weißt du ist ganz leidig! mal wieder zurück auf das Dach, da waren wir ja ganz gut im Kampf. Noch mehr Wachen, alter Arsch! Und Bogenschützen noch mehr. Was? Was? Moment mal. Oh, verdammt, das waren zu viele Wachen. Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge um einen... Naja, dann können wir jetzt zumindest mal ordentlich das Begräbnis begleiten. Okay, wir können nicht ordentlich das Begräbnis begleiten. Na komm. Und zack. Na komm. Auch wenn die Bogenschützen immer noch verdammt Nerven. Und... Warte mal. Seit wann ist Robert eine Frau? Ganz im Ernst. Ich glaube, wir müssen die mal Robert umlegen. Alter, jetzt greif an! Verdammte Scheiße! Aber was... Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Und verharte ihr, Leiter! What? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor viel geleitet. Wie auch immer Robert's Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sondern? Sprecht klar. Robert reitet gen Asur, um seine Sache vorzutragen. Sarazinen und Kreuzritter sollen sich vereinen. Gegen die Assassinen. Oh. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert, oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiedelt. Aber ich habe das doch auf dem Befehl von Al Mualem gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Oh. Na. 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 Das ist jetzt... Ähm. Da. Da. Oh. 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 Und da. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Bis man da das erste... Na gut. So ein Verdacht. Als er da mit... Alter. 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 Hallo? Diese Bogenschützen. Die gehen mir tierisch auf den Sack. Deswegen bringe ich jetzt hier einfach alle um. Und zack, und zack, und zack. What the fuck? So, die Herren Bogenschützen. Jetzt wird euch der Arsch geöffnet. Auch wenn ich dafür extra wieder zurückkommen muss. Nö. Wen sollen wir töten? Ich hab's leider nicht verstanden. Du hast so abgehackt geredet. Fernkämpfer sind teilweise echt ätzend. Die halten zwar nichts aus... Hallo? So. Ah, es ist nicht mehr weit bis zum Assassinenversteck. Also bis zum Büro. Oh mein Gott. Slow. Oh. Und wie sehr zu leben ist.